Boim, 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 boim Wahlen für Baden-Württemberg plus Rheinland-Pfalz und ja, wollen uns daran tatsächlich machen, es gibt von dem ganzen Ding dann dementsprechend zwei Videos, das heißt, das eine, was ihr jetzt hier seht, ist das dementsprechend für Baden-Württemberg, das für Rheinland-Pfalz kommt auch noch, keine Sorge, Freunde, kümmern wir uns dann planmäßig am Donnerstag drum, genau, die beiden Videos sollt ihr nach meinem Geschmack extra kriegen und wir werden es jetzt heute gemeinsam da ein bisschen durchboxen ja, und ich hoffe, dass allen Beteiligten ein bisschen Spaß machen, mein Licht flackert, habe ich gerade das Gefühl, kann das sein? äh, ich drehe das mal ein bisschen runter, so, ich denke, das dürfte Haar, krisselt jetzt da oben vielleicht ein bisschen aber ich denke, ihr könnt damit unterm Strich schon leben, so, dementsprechend würde ich sagen machen wir mal los hier an die ganze Geschichte, ähm dass ihr jetzt hier, Sekunde, ich muss kurz überlegen genau, hier neben mir schwarzen Rand habt, das liegt einfach daran, dass ich das so ein bisschen zurechtziehen musste hier und, ähm, was willst du machen, ne, das, äh, ergibt sich halt, so, starten wir rein, ja, das Prozedere haben wir schon häufiger mal durchgespielt, von daher wird das relativ zügig gehen, denke ich mal, also, hier haben wir jetzt 21 Parteien, ne, ähm, die mit einem Wahlvorschlag zwar antreten, dementsprechend haben wir die Thesen, bla, blie, blub, wissen wir Bescheid, starten wir rein, die ganze Geschichte, so, als erstes, das Land soll allen Schüler und Schülerinnen kostenlose digitale Endgeräte zur Verfügung stellen, ist grundsätzlich erstmal nichts verkehrtes, kann man denke ich schon mal so mitnehmen, die Frage ist natürlich auch Kosten und Logistik und, äh, wie machst du das genau, aber praktisch betrachtet, wir müssen uns tatsächlich mal bildungsmäßig ins, äh, nächste digitale Jahrhundert bringen, ähm, ja, die Zeiten von, äh, Tafel, Kreide und diesen widerlichen Putzlappen da oder Schwamm oder was auch immer ihr da gehabt habt, äh, die sind vorbei eigentlich und, äh, dementsprechend, ja, das, äh, wäre nicht verkehrt, gerade, gerade auch wichtig für, ähm, strukturell schwache Familien hier, kann ich es irgendwie, nein, ich kann es nicht markieren, aber ihr wisst, was ich meine, also dementsprechend stimmen wir hier schon mal zu, Verbrennungsmotoren, Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass auf 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren zugelassen dürfen, wichtiger Punkt für diejenigen, die mich jetzt nicht so kennen, ähm, ich bin ein sehr großer Fan von schnellen, lauten, krachmachenden Autos, widerlich für die einen oder anderen da draußen, weiß ich, habe ich aber, äh, wieder wenig Stress mit, ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders aufgewachsen als ihr, aber hier geht es ja auch Valomaten-mäßig ja um meine Meinung, ihr könnt das da draußen ja selber machen, ich werde euch das Ding natürlich auch nochmal verlinken gehen, dass ihr, ähm, wisst, wie ihr da wohin kommt, wobei das eigentlich auch nicht so schwer ist, ihr gebt einfach Valomaten einfach in Google ein, dann kommt ihr schon hin, aber ihr wisst, was ich meine, und zwar sind eure Suchmaschine, ich soll es ja eigentlich nicht so, ähm, euch da vorkauen gehen, was ihr zu benutzen habt, nee, aber was ich euch tatsächlich vorkaue, hier ist meine Meinung und meine Meinung ist, ich persönlich mag Verbrennungsmotoren, ich mag Dieselmotoren, da kann ich mich, kann ich mich vielleicht mal drauf einschwingen gehen, aber den Verbrennungsmotor allgemein, äh, ohne mich stimme nicht zu. So, äh, in Baden-Württemberg soll die Mietpreisbremse abgeschafft werden. Äh, 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 weiß ich nicht, tue ich mich schon wieder schwer. Ähm, ich finde grundsätzlich die Idee einer Mietpreisbremse nicht verkehrt, aber das, was man jetzt zum Beispiel in Berlin, Berlin hat ja auch Mietpreisbremse, so sieht, das ist ja auch nicht ganz im Sinn des Erfinders, weil dort machen jetzt gerade die wohlhabenden Leute, ähm, die auf, auf, auf teurer Basis in Luxuswohnungen zur Miete wohnen, ähm, machen dort momentan relativ häufig das geltend, dass sie, äh, rückwirkend die Gelder wieder kassieren gehen, ähm, wegen der Mietpreisbremse und sozusagen es, es irgendwie so ein bisschen nach falschen Schicht ankommt. Aber ich mag die Mietpreisbremse als solches, es ist, es ist eine gute Idee. Ich weiß nicht genau, wie es in Baden-Württemberg funktioniert, ich bin kein Lokalangehöriger, da kann mir direkt schon wieder, wie man da in Bavi wohnt, mir erklären, ob das Ding da nochmal ein bisschen anders funktioniert, als das, was in Berlin da abgeht, aber grundsätzlich finde ich die ja in der Mietpreisbremse nicht so verkehrt. So, ähm, genau, dementsprechend stimme ich, Sekunde, soll abgeschafft werden, stimme ich nicht zu. Äh, Krankenhäuser, mehr in öffentlicher Hand sein, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, private Einrichtungen sind als solches sehr gut, so, also kann funktionieren, aber deswegen darf der Staat seinen Kram nicht vernachlässigen, weil Gesundheit ist tatsächlich eine öffentliche Angelegenheit für mich. Äh, Baden-Württembergische Polizei so weiter mit Bodycams, äh, arbeiten dürfen, ja klar, sehe ich gar kein Problem, dann kann man, wie soll man die Situation am besten nachvollziehen, indem man es einfach sieht, was passiert, wie ist denn damit? Naja, so die 5%-Höte soll beibehalten werden, ja, sonst enden wir wie ein Weimar, das brauchen wir glaube ich auch nicht großartig zu erklären, der gibt sich auch irgendwie von selbst, ja, keine Ahnung, vielleicht ihr da draußen wieder, ne, keine Ahnung, wenn, wenn ihr euch in euren kleinen Smart setzt oder so und, äh, ihr zückelt fröhlichst vor euch hin, ich kann das verstehen, wenn ihr euch dabei unwohl fühlt, wenn, wenn, so, aber, oder wenn, wenn, wenn ihr eure eigene Meinung dahin gehabt habt, aber wie gesagt, ich, ich stehe für Spaß und ich stehe für das bis, bisschen, bisschen Freiheit, was man uns Deutschen noch vergönnt, äh, und für mich gehört dazu, mal abgesehen davon, dass, äh, ja, wir, wir unsere eigenen kulturellen Begebenheiten haben, häufig mit Alkohol verbunden, ähm, wir auch, ja, mit der Autobahn dahin gehen, der ein letztes Stück in Freiheit haben, nein, also um Himmels Willen fangt nicht mit sowas an, ich wohne da ja nicht, aber nein, tut es nicht, falls ihr doch mal langfahren müsst, Baden-Württemberg bin ich jetzt doch sehr selten, muss ich sagen, ist ja ein bisschen ein anderer Teil Deutschlands, aber fangt nicht so an. So, Empfänger und Empfängern von Arbeitslosengeld 2, als hier so noch weiterhin Leistung kürzt werden, wenn sie Jobangebote ablehnen. Uh, da gehe ich das erste Mal auf neutral, glaube ich. Ähm, grundsätzlich ist die Idee ja die richtige, Leute, die Jobangebote ablehnen, dass sie das nicht machen, aber ich habe auch schon aus erster Hand tatsächlich erlebt, ähm, dass da auch Jobangebote einem da vorgeschlagen werden, die so überhaupt nicht passen. Also, ich habe, äh, wen in meinem näheren Umfeld, der gesundheitlich zum Beispiel ein bisschen vorbelastet ist und nicht jeder Tätigkeit und jeder Arbeit de facto nachgehen kann und, äh, dann aber dahingehend die Gelder zusammengestrichen bekommt, weil es, äh, weil, weil das Jobangebote abgeliehen werden muss, weil man es einfach nicht in der Lage ist zu machen, sondern dementsprechend, und gerade da sind wir doch schon bei so, so wenig Kohle, die die Leute kriegen. Ne, also, äh, ich schange zwischen neutral und stimme nicht zu. ich bleibe mal bei neutral, weil ich nicht weiß, wie, wie wild das momentan ist, welche Auswüchse das hat, welche Erfahrung da so, müssen wir mal eine Studie zu haben, wie viele Leute davon betroffen sind. Naja, so, in Baden-Württemberg sollen neue Windkraftanlagen nur in einem Abstand von mindestens ein Kilometer zur Wohnbebauung gerichtet werden dürfen. Ich habe tatsächlich neben keiner Windanlage gewohnt, kann also nicht beurteilen, wie laut das Ding ist. Ich kann aber sagen, dass ein Kilometer, doch schon ganz schön viel ist. Und, wenn ihr euch jetzt mal überlegt, dass jedes Drecks Bauernnest, Entschuldigung, aber ich komme ja selber de facto in einem, ungefähr aus einem, vielleicht ein bisschen zivilisierter noch, ein bisschen, ein bisschen mehr Einwohnung hat das Ding ja noch, aber so grundsätzlich komme ich ja selber auch eher aus weniger städtlichen Regionen. Aber wenn ich mir das angucke, du hast verstreut, über mehrere Kilometer immer mal wieder so ein Bauernhaus. Und wenn ich mir überlege, in einem Abstand von einen Kilometern zur Wohnbebauung darfst du erst Windkraftanlagen errichten. Die selber brauchen ja tatsächlich auch noch ein bisschen Platz um sich herum. Das heißt, dass du einen ordentlichen Windpark aufstellen kannst, muss ich schon ziemlich Schwein haben, dass nicht irgendwo sich doch noch ein Bauern niedergelassen hat. Nein. Sehe ich nicht so. Stimme ich nicht zu. Zehnte Frage. Wir sind bei dem Thema Frauenquote. Wichtiger Punkt, den ich jetzt hier gerade sehe, Besetzung der Führungsposition. Wichtiger Stichpunkt ist das hier. Darf ich wieder nicht unterstreiten. Ups. Ne, ich wollte. So. Da wäre ich zurück. Genau. Ist landeseigene Betriebe. Privatwirtschaft halte ich das noch ein bisschen anders, aber auch selbst da bin ich tatsächlich für eine gewisse Frauenquote. Also zumindest in, keine Ahnung, ihr wisst ja, so DAX-Konzernen. DAX 30 sind es jetzt noch, demnächst werden es noch 40 sein. Aber in den größten Unternehmen Deutschlands, die ja wohl definitiv, denke ich mal, einen Vorstand haben, der aus teilweise mehr als fünf Leuten besteht, würde ich schon sagen, dass da eine Frau durchaus reingehört. So. Und dementsprechend bin ich da grundsätzlich. Gerade landeseigene Betriebe. Also das lässt sich ja für Verhältnisse noch besser umsetzen. Von daher, ein Verbindliche Frauenquote. Die Frage ist nach der Höhe. Ich bin tatsächlich jetzt nicht für eine riesige Höhe, aber ich habe auch keinen Bock auf die, diese reinen Männergeschichten. Das ist ja dann doch ein bisschen vielleicht veraltet. So, dementsprechend stimme ich hier mal zu. Abschaffung des... Nein. Kommt vielleicht der Katholik wieder in mir durch, aber für mich gehört Religionsunterricht einfach dazu. Ich finde, der wird zu lang unterteilt, also zu lang gemacht, aber danach fragt mich immer die nicht. Ich bin der Meinung, wenn ihr in der neunten oder zehnten Klasse seid, braucht ihr langsam keinen Religionsunterricht mehr. Aber ich sage mal, dritte, vierte, fünfte, sechste, lass es meinen wie auch noch siebte Klasse sein, wenn man vielleicht fünf Jahre Religion hat. Das kann man mitnehmen. Dann kann man es dann drehen, tauschen, Philosophie, Ethik, was, Norm, was weiß ich, oder welchen Fach ihr den ganzen Kram da kennt. Kann man es dann vielleicht eintauschen gehen, das sehe ich schon. Aber ansonsten ist Religionsunterricht, gut, wir haben hier die konfessionelle Unterteilung noch. Da bin ich mir auch unsicher, ob ich das so prickelnd finde, dass das Ding konfessionell unterteilt ist. Ich finde eigentlich so christlich betrachtet, also so ein Unterricht, einheitlich fürs Christentum kann man schon bringen, weil die Abstände zwischen Katholiken und Protestanten sind jetzt nicht mehr so groß, wie sie es mal gewesen sind. Aber jetzt haben wir erstmal das, soll abgeschafft werden, stimme nicht so, zack. Der freiwillige Polizeidienst soll erhalten bleiben. Muss mich raushalten, das sagt mir gerade gar nichts. Was ist denn ein freiwilliger Polizeidienst? Das müsste mir jetzt erstmal nachgucken gehen. Das könnte ein bisschen zu kompliziert werden für die ganze Geschichte jetzt. Dementsprechend hier neutral, das ist so örtliches Ding. So, Baden-Württemberg soll die Nutzung des öffentlichen Personalverkehrs entgeltfrei sein. Ich muss mir mal vorkauen lassen, wie viel das genau kostet, der Spaß. Die Diskussion gibt es ja schon durchaus häufiger quer durch die gesamte Republik und grundsätzlich bin ich ein Fan davon. Aber ich weiß halt nicht, wie das mit dem Kostenfaktor ist und wie viel Hicks Geld da einem wirklich flöten geht. Aber grundsätzlich bin ich persönlich dafür, weil, wie gesagt, es ist halt die öffentlichen Nahverkehrs. Und vielleicht bringt das auch den einen oder anderen dazu, tatsächlich da mal vielleicht auf sein Auto zu verzichten, wenn es sowieso nichts kostet. Dass man dann eben sich mal von einem oder dem nächsten dann mal eben für fünf Minuten Bus setzt. Dementsprechend ja, stimme zu. So, soll es mehr Gemeinschaftsschulen geben? Wieder persönliche Meinung. Ich muss das echt heute richtig viel vorweg sagen. Persönliche Meinung sind die richtig am Start. Ich für meinen Geschmack habe auch viel Kritik an unserem Bildungssystem. Das aber, was ich tatsächlich nicht so schlecht finde, ist, dass man die Leute nicht alle in eine Schule steckt. Sondern, dass man das tatsächlich dann einteilt in die klassischen Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Diese drei Stufenurteilung. Für mich, ich bin schon am überlegen, vielleicht, ob es nicht noch eine vierte Schulform geben sollte. Aber de facto ist das so, wonach es mir da auch schwebt und sind. Und dementsprechend, ja, für den Fall, dass ihr euch fragt, noch nach der Erklärung, hängt das einfach da zusammen. Ich finde, man kann einfach individuell, leistungsmäßiger, besser darauf eingehen, einen Unterricht besser gestalten. Nur meine Perspektive, wie gesagt. Indem du Leute hast, die einigermaßen, das trifft ja auch nicht immer zu, jeder, der in seiner Schule mal sich ein bisschen in einer Klasse durchblickt, der wird auch Leute finden, die ein bisschen intelligent sind und ein bisschen nicht mehr auf den Kopf gefallen sind. Und, aber so grundsätzlich, wenn sie ein bisschen annähernd gleiches Leistungsniveau haben, kannst du, glaube ich, ein bisschen besser planen und einen Unterricht schieben. Anstatt, dass du, weißt du, vielleicht die Guten dadurch ausbremst, dass du so viele hast, die ein bisschen länger brauchen, um es zu kapieren. Oder umgekehrt die Leute mit reinnimmst, die halt ein bisschen was auf dem Kasten haben, aber umgekehrt dann die hinten rausfallen, die da eigentlich halt ein bisschen mehr Hilfe bräuchten. Und, ja, ich weiß, es gibt auch Unterteilungen in verschiedenen Fächern, wo das dann gespalten ist. Meine Schwester war auch auf einer Gesamtschule gewesen. Von daher weiß ich, worum das da geht. Beziehungsweise, dass es auch teilweise eingeteilt ist in Fächern. Aber ich finde das Ganze so gesamtübergreifend. Sollte halt für jedes Fach dementsprechend sein. Und dementsprechend kannst du gleich die ganzen Schulen auch spalten. So, von daher, soll es mehr Gemeinschaften geben? Nein. Zack. So, Baden-Württemberg soll ich dafür einsetzen, dass anerkannte Flüchtlinge ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie in ihr Heimherkunftland reisen? Sekunde nochmal. Einsetzen anerkannte Flüchtlinge. Ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie in ihr Heimherkunft... Das verstehe ich nicht ganz. Nein, sehe ich überhaupt nicht. Also, was heißt, ich verstehe das nicht ganz. Ich kapiere schon, aber ich finde die These dumm. Muss man sich mal vorstellen. Ihr seid Flüchtling. Und nehmt mal einfach an, ihr habt jetzt geschafft, anerkannt zu sein in Deutschland. So, in eurer Heimatherrschkrieg. Und ihr müsst gucken, dass ihr irgendwie eure Familie jetzt einsammeln geht. Dass ihr irgendwie Frau und Kind drüber kriegt. So, ne, weil, keine Ahnung, irgendwie ihr jetzt als Vater vorgereist seid. Oder die Eltern sind vorgereist. So, und müssen die Kinder nachholen. Nein, das sehe ich nicht. Also, ne. Ich müsste mir das dann nochmal wieder von betroffenen Personen hinab erklären lassen, wie das genau ist. Aber ich persönlich sehe das jetzt erstmal eher als kontraproduktiv. So, soll sich dafür einsetzen. Sie es verlieren. Nein, stimme nicht zu. So, Ausbildungsplatzabgabe. Betriebe, die nicht ausbilden, sollen eine Abgabe zahlen. Hängt davon ab, von welcher Betriebsgröße hier wieder sprechen. Da gehe ich wieder schon in Richtung Neutral hin. Weil, ich würde zum Beispiel nicht vergessen, de facto sind Mo und ich auch sowas wie ein Betrieb. So, und wir können wohl schwerlich Leute ausbilden. Also, das muss dann schon irgendwie sinnvoll sein. Ich möchte da erst wissen, was für eine Platz, was für ein Ranking das geht, wie viel Umsatz das Unternehmen da reinmachen, reinknallen muss. Und wie das zum Beispiel aussieht. Also, das muss schon noch sinnig sein. Also, jetzt, ich sage mal, keine Ahnung, der Handwerksbetrieb von nebenan ist jetzt nicht der, den ich zu einer Abgabe verknallen würde, wenn der nicht ausbildet. Wenn er selber, keine Ahnung, nur sich als Meister hat und dann vielleicht noch zwei Gesellen. Da muss er jetzt nicht unbedingt einen Azubi noch instant dazuschieben. Das ist vielleicht ein bisschen dünn. Dementsprechend neutral. Darf ich jetzt? Dankeschön. So, Baden-Württemberg soll zukünftig nur die ökologische Landwirtschaft fördern. Wir reden hier von Förderung der Landwirtschaft. Das heißt, der Staat, beziehungsweise in diesem Fall das Land, schießt Geld dazu. So, ich weiß jetzt noch nicht, wie gesagt, man sieht, ich habe natürlich Themenlücken, aber im Gegensatz zu manchen anderen Politikern gebe ich zu, wenn ich eine Themenlücke habe. Außerdem bin ich de facto kein Politiker, sondern einfach nur hier für euch zur Unterhaltung da. Ich weiß nicht, wie uns die Landwirtschaft in Deutschland allgemein bestellt ist. Ich weiß, dass die Milchbauern ja immer gejammert haben, lange Zeit wegen den Preisen, aber das hängt halt auch mit Angebot und Nachfrage zusammen und wenn es nicht so viel Nachfrage gibt wie Angebote, dann gibt es einfach zu viele Milchbauern. Anderes Thema. Und da wir von Förderung reden, also von Fördermitteln, sehe ich das schon, dass das Sinn macht, das auf ökologische Landwirtschaft umzumünzen. Wie gesagt, aber ich weiß nicht, wie es um die deutsche Landwirtschaft bestellt ist, wenn die deutsche Landwirtschaft jetzt aus irgendwelchen Gründen jetzt schon am Hungertuch nagt und das nicht vernünftig aufgehen würde. Was ich übrigens anhand meiner Bauern, die ich jetzt in der Umgebung habe, noch nicht bestätigen würde. Man sieht, es werden weniger Einzelbauern, es werden immer größere Gesamtbetriebe, aber das ist ein anderes Thema. Dementsprechend würde ich sagen, nehmen wir mit, machen wir keinen großen Held raus. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen dafür eine finanzielle Unterstützung vom Land erhalten. Ich bin sehr verschwenderisch, fällt mir gerade ein. Ich gebe auch wieder viel Geld aus, aber grundsätzlich muss ich auch wissen, welche Partei ungefähr das Programm abbildet, was ich haben möchte, von daher sollte ich mir da vielleicht auch nicht zu intens darüber Gedanken machen. Grundsätzlich natürlich ja, weil ich merke das auch selber wieder auch da in meiner näheren Umgebung an Leuten, die jetzt tatsächlich ihre Kinder zu Hause betreuen, Biko kurz richten, dass das ein unfassbarer Aufwand ist und nervlicher Aufwand und klar, in der Zeit dementsprechend kannst du logischerweise nicht arbeiten, wo du dein Kind zu Hause betreuen musst. Es sollte eine finanzielle Entschädigung dafür geben. Also von daher sehe ich das als gut an. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll die Schiene vorrangvoller Straße haben. Ich stehe wieder hier vor einer wieder wichtigen Frage hier. Das Ding ist, ich persönlich würde gerne den gesamten Dreckslogistik-Transport, wenn es irgendwie gehen würde. Die gesamte Logistik würde ich gerne auf die Schiene verlagern. So. Privatverkehr sehe ich da nicht so unbedingt, aber ich hätte ganz gerne möglichst, möglichst, möglichst viele LKWs von der Straße, weil, ja, das sind auch nur Menschen und die machen einen tollen Job und haste nicht gesehen, aber sind wir ehrlich. Wir sehen auch, wir haben völlig überfüllte Parkplätze auf Raststätten etc. Die Leute haben Probleme, ihre Ruhezeiten und alles einzuhalten und allgemein, wir müssen eigentlich ein bisschen Verkehr irgendwie rauskriegen, weil das steigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer sowieso nur an und es wird auch weiter ansteigen. Wir sind glaube ich noch nicht beim Peak, soweit ich weiß, wie jetzt erst so Richtung 20, 35, 20, 40, dass wir beim verkehrsmäßigen Peak sind, was so Auto Benutzung angeht. Und aus der Stichwort heraus, ich würde schon sagen, man muss versuchen, möglichst die Schienen ausbauen, um Logistik von der Straße auf die Schienen zu kriegen. Das Ding ist, dass man dafür aber noch passende Richtlinie setzen müsste. Ansonsten, ich habe trotzdem gute Straßen ganz gerne, ich kenne genügend Schotter und Holberpisten. So müssen die Hauptstraßen jetzt auch nicht aussehen. Egal, in Baden-Württemberg ist noch weiterhin kostenlos Deutschkurs, ja, wie willst du sie sonst integrieren? So, eigenständiges Ministerium für Digitalisierung geben, bräuchte man auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass es auch wieder Ländersache ist. Auch Zuständigkeitsbereiche, also ich weiß ja, wofür unser Föderalismus da ist, aber so in den letzten ein, zwei, drei Jahren bin ich sehr überlegen gekommen, wie nützlich der momentan ist, weil er momentan behindert und blockiert der manchmal uns doch sehr. Naja, aber grundsätzlich ja, eigenständiges Ministerium will ich haben. Cannabis, auch der Besitz geringer Mengen soll weiterhin straflief verfolgt werden. Wir reden hier nur von Cannabis, gehe ich eher kontra. Weil, ja, einfache Geschichte, ich bin der Meinung, man muss ein bisschen aufpassen, ist schon eine Einstiegsdroge, also auf, viele jetzt sagen so, was du da malte, so, und es stimmt auch gar nicht, hast nicht gesehen. Aus meiner Sicht schon, ist schon der Zugang, dann, du kommst von Cannabis, kannst auch mal schnell weitergehen, aber grundsätzlich, dass als solches bin ich nicht der Meinung, dass das strafrechtlich verfolgt werden soll, wenn wir hier von geringen Mengen sprechen. Wie gesagt, aus meiner Sicht müsste das sowieso, jetzt bin ich schon wieder verrutscht, das geht mir so auf den Sack hier von der Handhabung. Egal, aus meiner Sicht bin ich sowieso dafür, dass wir das Ding grundsätzlich erstmal ein bisschen legalisieren sollten, damit wir die ganze Produktion der ganzen Geschichte in geregelte Betriebe kriegen, dass das Ding nicht mehr irgendwo bei irgendwelchen Leuten zu Hause wächst, sondern, dass das auch mal halt geprüft wird, was da quasi umherläuft und von daher bin ich grundsätzlich auch eher für die Legalisierung. So, dementsprechend soll weiterhin strafrecht verfolgt werden, stimme nicht zu. So, kostenlos Mitteressen soll für alle schon kostenlos sein. Auch da geht es wieder darum, finanzschwache Familien ja hier auch wieder zu covern und aus der Perspektive bin ich grundsätzlich auch mal erstmal dafür, weil alles, was unseren Schülern und Schülerinnen hilft, ist ja de facto die Generation, die jetzt, jetzt ist es schon böse, die nach uns kommt. Also, ich bin jetzt 22, ich bin jetzt auch nicht so weit weg von Schülern, das darf man jetzt auch nicht vergessen, aber ihr wisst, was ich so meine und grundsätzlich soll es da eine Möglichkeit für mich an keiner Stelle scheitern. Also, das Letzte, woran wir sparen sollten, aus meiner Sicht heraus, sind unsere Kinder und die Jugend. Das ist das Letzte, wo wir sparen sollten. Gerade im Bereich Bildung und wenn dazu ein ordentliches Mittagessen gehört, weil sonst kann sich keiner schon konzentrieren, ja, dann ist das natürlich auch was, was man hier bezuschossen sollte. Ich merke, ich bin völlig verschwenderisch. Also, die Kostenausgaben will ich gar nicht drüber nachdenken, was ich das alles angekreuzt habe. Zweitstimmenwahlrecht, bei Landtagswahlen soll man wie bei der Bundestagswahl zwei Stimmen vergeben können. Nein, useless. Warum brauchst du jetzt unbedingt auch noch einen Kandidaten für den Landtags parlamentenspezifischen? Tut mir leid, du hast noch die Kommunalwahlen, warum brauchst du denn da? Zu viel bürokratischer Aufwand für den Sinn dahinter. Photovoltaik auf Wohngebäude. Beim Bau neuer Wohngebäude soll die Einrichtung von Photovoltaik verpflichtend sein. Hängt auch wie auf den baulichen Begebenheiten ab. Wenn du das Ding irgendwo hinsetzt, wo ein bisschen Platz ist, wo ein bisschen Fläche ist, gar kein Problem. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich das so besonders prickelnd finde, wenn jetzt jemand sein Haus in den Wald baut. Einfache Geschichte. Stehen Bäume vor. Wo soll die Sonne herkommen? Verpflichtend ist mit zu hart, glaube ich. Aber ich fände es gut, wenn das weiterhin bezuschusst wird. Dementsprechend ich stelle mich mal auf neutral. Ich finde aber die Idee nicht schlecht. So, verbindliche Grundschulempfehlung. Beim Wechsel auf Weifel für die Schule soll die Empfehlung der Grundschule... Nein, nein, soll nicht verbindlich sein. Warum nicht verbindlich sein? Grundsätzlich kann man ja sagen, dann hat man nicht dieses hin- und hergeschrieben und Leute, die dann doch auf Gymnasium gehen und dann aber zum Beispiel nicht hinkommen und auf Realschule gehen oder von Hauptschulempfehler auf Realschule gehen und dann doch nicht damit klarkommen. Warum soll es das nicht geben? Aus dem einfachen Grund, es soll es tatsächlich geben. Es gibt viele gute Lehrer in der Republik. Ich lasse auf die auch nicht immer so viel kommen, aber es gibt halt auch welche, die neigen dazu, zum Beispiel manche Schüler und Schülerinnen einfach mal nicht zu mögen. Stell dir mal vor, du bist einfach, okay, ich sage es auf Deutsch, du bist ein kleines Arschloch und vom Sozialverhalten nicht so richtig zu gebrauchen, bist aber ansonsten ganz clever in der Birne. Und wir reden nicht über Grundschüler. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, was sind die, neun oder zehn Jahre alt? Die sind, ja, da ist ja auch sehr viel Entwicklungspotenzial da. Das ist ja nicht so, dass die als Mensch schon fertig sind. Und wenn du mit, sagen wir mal, neun oder zehn ein kleines Arschloch bist, aber ansonsten ganz clever in der Birne, aber du dem Lehrer so auf den Sack gehst oder deiner Lehrerin, dass sie da ein bisschen Hass auf dich schieben und mal kurz ihre pädagogischen Pflichten vergessen, weil sie sind auch nur Menschen und dich dann auf eine andere Schule schicken nach dem Motto, keine Ahnung, auf dem Gümmi würdest du eh nur stören und das nicht gebacken kriegen. Halte ich für falsch. Halte ich für falsch. Und wie gesagt, es kann einfach mal sein, dass Lehrer auch mal halt Menschen sind und dahingehend einen Fehler machen und manchmal auch dann nicht nur rein Leistung beurteilen, sondern auch, gerade in dem Alter musst du auch mal gucken, musst du auf ein paar andere Komponenten und was kann da kommen und hast du nicht gesehen und nein, das gehe ich nicht mit. So, soll die Verbündigsein stimme nicht zu. So, Beobachtung der Querdenkengruppierung soll weiterhin beobachtet, ja, die Querdenker sind, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. So, Studiengebühren soll für alle internationalen Studierenden abgeschafft werden. International Studierenden, Wichtig. Ich glaube, tue ich mich da schwer mit, gehe ich jetzt hier auf die nationale Schiene und sage, wenn sie schon hierher kommen, um zu studieren, dann soll die Uni dafür auch was kassieren können, bzw. das Land dafür was kassieren können, weil sie de facto ja von weit weg kommen oder sagen wir jetzt, gebildete Leute helfen grundsätzlich allen. Schwierige philosophische Frage wieder. Ich glaube, ich gehe hier aber eher mit einem Stimmen nicht zu mit, denn ich finde schon, dass aus internationaler Perspektive, wichtiger Punkt, internationale Perspektive, dass dann schon mit einer kleinen Hürde oder einem kleinen Wurf der Münze in den Geldbeutel verbunden sein darf, weil wenn du, keine Ahnung, jetzt irgendwie aus Taiwan oder China herkommst, dann sozusagen das Wissen abstauben gehst, dann sollte das, finde ich, schon noch was kosten. Also, weil, keine Ahnung, das ist sozusagen nationales Gedenke, Entschuldigung, ein bisschen dann sowas wie unser Wissensvorsprung, den wir dann mit anderen teilen und dafür sollte man sich zumindest ein bisschen entschädigen lassen. Ich möchte ja jetzt nicht die Leute davon verbanden gehen, versteht mich nicht falsch. Es geht mir nur darum, sozusagen einen kleinen Obolus dafür zu kassieren. Ach, das ist ein schönes Wort, Obolus. So, ähm, nein, stimme nicht zu. So, Prüfung der Klimaverträglichkeit soll jedes Landesgesetz nein, nein, irrsinniger bürokratischer Aufwand, schuldig, aber grundsätzlich was fürs Klima zu tun ist okay, aber ich möchte nicht, dass man jetzt jedes Ding auf die Goldwaage legt und erstmal nochmal für jedes Gesetz drei, vier Wochen mehr braucht man uns zu prüfen, ob es klimaverträglich ist. wenn ein Gesetz Mist ist, klimatisch betrachtet, dann kommt das schon sehr häufig mittlerweile auf den Tisch. Also, dann wird da schon sehr häufig drüber debattiert und diskutiert. Das ist nicht so, als ob das mal im Vorbeigehen abgehakt wird. Darauf dann jedes Gesetz zu prüfen, nope, danke, stimme nicht zu. Verdachtsunabhängige Personenkontrolle soll verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen dürfen. hat schon was von einem Überwachungsstaat, ne? Das ist einfach dieses, yo, du siehst mir suspekt aus, ich kontrolliere dich mal. Auf der anderen Seite kannst du da vielleicht auch mal fündig werden, wenn du guten Riecher hast. Bin ich jetzt, glaube ich, nicht so ultra-Fan von? Ne, ne, ich glaube, nein, stimme ich ja nicht zu. Mir ist da die Freiheit dann doch wichtiger, als die paar Fische, die dadurch vielleicht ins Netz gehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mich jetzt alle fünf Minuten gefühlt wie anhalten würde, weil er mich da kontrollieren geht, nein. Bayern-Württemberg soll ich dafür einsetzen, dass die Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice haben. Auch da nur, wo es möglich ist, ne? Das ist ja auch wieder ein Punkt. Ich weiß, ich hake mich hier schon wieder sehr an Formulierungen auf, aber das ist halt auch zwangsweise nicht in jedem Beruf möglich. Du kannst keinen Erzieherin sein, wenn du Homeoffice beantragen willst. Außer, keine Ahnung, du knobelst ein bisschen an ein bisschen so Theorien und neuen Spielen und was weiß ich was. Aber ein Anrecht darauf zu haben, ne, also ich finde, man sollte auch das wiederum fördern, eine Tendenz, weil dann sparst du den Verkehr auf den Straßen, du sparst dementsprechend CO2, du sparst den Stress der Leute, wenn sie von Haus aus arbeiten können. Homeoffice finde ich schon nicht verkehrt. Von daher sehe ich das erstmal als neutral an. Aber verpflichtend ist wieder so. In Baden-Württemberg sollen sonderpädagogische Schulen, Förderschulen für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung erhalten bleiben. Ja, ja, Förderung braucht, wie gesagt, wo nicht gespart werden soll, ist in solchen Einrichtungen. An alles, was mit Bildung zu tun hat, soll aus meiner Sicht nicht gespart werden. So, stimme zu. Finanzierung der Corona-Hilfen. Vermögende sollen über eine einmalige Abgabe einen Teil der Corona-bedingten Wirtschaftshilfen finanzieren. Machen wir uns nichts vor, es geht de facto nur über Steuererhöhungen, dass wir den ganzen Scheiß sowieso finanzieren gehen. Es wäre aber mal schön, wenn sich einfach mal wer in der Pressekonferenz hinsetzt und mal die Wahrheit erzählt. Das kotzt mich ja auch immer an, dass die Leute genau wissen, also die Politiker sind ja nicht, so dumm sind die nicht. Die sind ja meistens recht clever Leute, die sind da nicht so hingekommen, wo sie sind, weil sie Stroh-Doof sind und viel Glück gehabt haben. Es gibt auch Ausnahmen, auch da wieder, ich habe jetzt unsere Sondertaskforce da so ein bisschen im Hinterkopf, wie letztens erstellt wurde, aber grundsätzlich sind die meistens nicht dumm und die wissen eigentlich genau, was auf uns zukommt und wenn ich jetzt mir überlege, allein diese Finanzierungskosten und alles, die müsst ihr euch nur mal den Bundeshaushalt ansehen, jetzt wegen dem Corona-Mist, da kommst du ja nicht drum herum, dass das über Steuererhöhungen gehen muss. Warum stellt sich nicht mal wer hin? Also natürlich seine politische Karriere am Ende, aber das ist verdammt nochmal irgendwo haben die Politiker auch eine gewisse Pflicht mir, also uns, dem Volke gegenüber, uns da auch mal vernünftig Bescheid zu geben und uns mal vernünftig darüber aufzuklären. So und stellt sich mal hin, nimmt sich mal, keine Ahnung, irgendwie einen Flipchart und zeichnet mal eben kurz auf, so und so viel haben wir jetzt an Geld, so und so viel kostet der ganze Spaß mit Corona, so und so viel Geld fehlt uns, das brauchen wir irgendwie. So und dann sagen, da und darüber können wir halt die Kohle bekommen und wir gucken jetzt über welchen Weg die Kohle am ehesten reinkommt. Und es wird zwangsläufig nur darüber gehen, dass die Leute, die halt mehr haben, was da reinlegen müssen dafür. Ich sag übrigens auch, die Leute, die wenig haben, werden auch so Kass gebeten, kommen wir nicht drum herum. Das ist horrend, das ist absurd horrend, wie viel Geld da jetzt reinfließen. Bei uns ist das noch auch schon sehr teuer und sehr schwerwiegend und unsere gesamte schöne Nullsummenpolitik, die wir in den letzten Jahren geführt haben mit Schäubisch-Schwarzer-Null, die ist jetzt natürlich nicht nur dahin. Sozusagen alle Vorteile, die wir dadurch gehabt haben, sind jetzt aufgebraucht. Wir werden quasi wieder zurückgeschmissen auf Verschuldung. Wenn ihr euch die Verschuldung vorstellt, quasi, wir sind hier oben gewesen, wir kommen mit dieser ganzen schwarzen Null, das heißt de facto, wir nehmen keine neuen Schulden auf und das heißt, wir können aber unsere alten Schulden bedienen. geht die Kurve sozusagen dabei runter. Jetzt aber mit Corona kannst du dir vorstellen, dass das Ding wieder so hoch schießt und das heißt also über den Punkt, wo es vorher gewesen ist und dementsprechend natürlich alles, was wir da in den letzten Jahren uns mühsam erspart haben, natürlich kaputt gemacht worden von der ganzen Geschichte, aber so ist es halt. Und es ist noch besser als Amerika, weil Amerika, das sieht auch sehr fatal aus finanziell betrachtet, also Haushaltsdefizit mit den ganzen Paychecks und alles, was da nicht umgeht mit den Corona-Hilfen. Puh, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die Kohle muss ja wieder irgendwo hereinkommen und von daher musst du halt über eine einmalige Abgabe, ist halt theoretisch eine einmalige Abgabe auch schwach sind, weil die Corona-Kosten werden uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger verfolgen, aber meinetwegen de facto muss das halt jetzt hier irgendwie finanziert werden. So, kommst du nicht drum herum, geht nicht. Woher sollst du denn kommen? So, und keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht betroffen bin, würde mich sehr wundern, weil die Leute müssen ja schon ein bisschen Kohle haben, damit sie diese einmalige Abgabe leisten müssen, aber, ähm, ja, wir müssen halt irgendwie was damit rankommen. So, Anwärmung von Pflegekräften. Das Land soll Pflegekräften aus dem Ausland anwärmen. Grundsätzlich brauchen wir dringend Leute in der Pflege und wir können uns mal ganz kurz auch wieder unsere Demografie ansehen. Wir haben jetzt die Bibi-Buba-Generation, die jetzt langsam in Rente geht, die jetzt auch schon anfängt, in Rente zu gehen und das ist ja sozusagen der dickste Bevölkerungssockel, den wir haben. Das sind ja die Leute mit den geburtenstärksten Jahrgängen, die wir da jetzt so allerlei jetzt langsam in Rente kriegen. So, die kommen jetzt noch ganz gut aus, ne, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo in deinen 60ern bist, dann bist du in der Regel nicht pflegebedürftig. Das kann aber in 10, 15, aller spätestens 20 Jahren sieht das ganz, ganz anders aus. Und da brauchen wir jeden Mann, den wir kriegen können, um die ganzen Alten zu versorgen. So, ich kann euch jetzt schon zum Beispiel sagen, ich persönlich mache mir jetzt schon darüber Gedanken, was ich mache, wenn mein Vater hier, ich habe ja einen Vater, ich habe keine Mutter mehr, aber ich habe de facto einen Vater, wenn der mal Pflegefall wird, weil ich mir jetzt schon ausrechnen kann, dass das mit einem Platz im Pflegeheim, im Altersheim, ganz, 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 ganz mies aussehen wird und man sich da dann schon mal direkt darüber Gedanken machen kann. Also Leute, zynisch betrachtet, macht noch eine kleine Nebenausbildung als Pflegekraft. Könnt ihr später vielleicht gebrauchen für eure Eltern. Von daher, ja, wir brauchen momentan jede Hand, die wir irgendwie kriegen können. So, das 5G-Netz soll schnellstmöglich... Ja, ergibt sich von selbst. Das Wahlalter soll auf 16... Ihr habt kein 16er Wahlalter bei Landtagswahlen? Lol. Okay, ja, brauchen wir uns auch nicht unterhalten. Mit 16 bist du... Mit 16 hast du grundsätzlich einen Plan von der Welt. Unter 16 nicht, aber mit 16 hast du schon. Auch wenn du dich dann noch manchmal politisch hin und her orientierst, aber ich finde, das ist dann durchaus schon mündiges Alter. Und das ist ja dein Recht, dann hin und her zu springen. Ihr wisst ja Bescheid, ich habe ja auch schon mit der Wahl-Artsdue gemacht. Ich war mal ziemlich weit Hardcore-Rechts, ich war mal ziemlich weit verhältnismäßig Hardcore-Links unterwegs und ich habe mich irgendwo dann in den Mittel eingependelt. So, und ich denke, das geht vielen Leuten so und ja, weiß nicht, ist natürlich nicht so prickelnd, wenn sich das dann auf der Wahl-Uhr dann vielleicht mal ausschlägt, aber sind wir ehrlich, das sind dann wiederum zwei Jahrgänge, die dazukommen und die haben jetzt dann auch nicht die Riesen-Aussage. Auf der anderen Seite ist es eine gute Bindung, da kriegst du die Leute ran an der Politik. Mir ist immer wichtig, dass ihr euch für den ganzen Scheiß interessiert. Was am Ende daraus macht, ist eure Sache. Mir ist nur wichtig, dass ihr euch darum kümmert und euch mal Gedanken macht. Deswegen, wichtigster Punkt, schon mal hier direkt der Aufruf, ich wollte eigentlich jetzt am Ende des letzten, aber jetzt schon mal direkt der Aufruf, geht wählen. Wenn ihr jetzt in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg seid und wohnt, geht wählen. Tut euch den Gefallen. Ihr habt die Möglichkeit. So viele Leute hätten gerne die Möglichkeit und ihr habt sie. Unsere Vorfahren haben das mit ihrem Blut erkämpft, so knallhart gesagt, und ihren Schweiß und Tränen. Deswegen können wir das Recht durchaus nutzen gehen. Von daher, also wenn ihr könnt, geht wählen, bewegt euren verdammten Arsch doch mal in die nächste, keine Ahnung, was es bei euch ist, Turnhalle, Schule, ich weiß nicht, wo ihr wählen geht. Das ist ein Park, wo ich glaube, in unserem offenen Himmel wahrscheinlich weniger. Wobei in Corona-Zeiten könnt ihr mir auch das vorstellen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wegt euch dahin, nutzt euer Wahlrecht. Und wenn ihr dann sagt, ich weiß aber nicht, was ich wählen soll, dann setzt sich hin und lese Programme oder bediene den Wahlomaten zumindest. Lasst wenigstens die, okay, lasst keine Maschine entscheiden, finde ich auch kacke. Aber lasst dir vielleicht von dem so ein bisschen Hilfestellung geben. Und beschäftige dich damit. Ich verlange ja nicht, dass du jetzt jedes Wahlprogramm da draußen liest, mein Lieber, oder mein Lieber, soll er Frauen geben hier. Aber tut euch selbst den Gefallen und beschäftigt euch damit. Weil ihr habt das Recht dazu und viele Menschen hätten es gerne. Und beneiden euch darum. Also macht davon Gebrauch. Lebt den Luxus, den ihr habt. Kameraüberwachung in Schlachthöfen. Sollt ihr einsetzen, dass der Schlachtprozess durchwirkert? Warum soll der überwacht werden müssen? Will man es jetzt hier auch noch angucken? Wenn er dann Spaß an diesem Voyeurismus hat. Tut mir leid, ich verstehe den Sinn dieser Maßnahme nicht. Ne, bin ich neutral, so habe ich keinen Plan von. Sorry. Und innerdeutsche Flüge. Das Land soll in der Vereintens am Stuttgarter Flughafen keine innerdeutschen Flüge mehr angeboten werden. Wenn ich jetzt überlege, ich bin Münchner und ich habe etwas geschäftlich in Hamburg zu erledigen, habe ich dann Bock mich für, ich weiß nicht, wie viele Stunden fährst du mit Staus und allem? Acht? Neun? Acht oder neun Stunden ins Auto zu setzen, hinzufahren, derweil natürlich Zeit im Stau verbringen, etc. Und dann wieder zurückzufahren, die ganze Strecke, wiederum auf der anderen Seite. Gerade wenn es um etwas Dringliches ist, wenn es schnell gehen muss. Ich meine nicht, jeder Arsch von uns macht innerdeutsche Flüge. Also ich für meinen Teil bin zum Beispiel noch nie in mein Leben geflogen. Ehrlich kann ich ja schon mal direkt sein. Kann ich mich outen. Ich bin noch nie in mein Leben geflogen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das betrifft, die von euch innerdeutsche Flüge machen. Ich glaube, das sind gar nicht so viele, aber ich glaube, die, die es machen, haben meistens einen guten Grund dafür. Das machen wir nicht aus Jux und Dollerei. Und von daher, finde ich, sollen sie schon erhalten bleiben. Ob man jetzt nun von Buxtehude nach, keine Ahnung, Brechtesgarden fliegen muss oder so, ich habe gerade noch meinen Verkurs auf Garde geguckt, das weiß ich nicht. Aber zumindest so zwischen den Großstädten so eine Verbindung ist schon nicht verkehrt. Naja. Soll ich dafür einsetzen? Keine Angebote werden. Nein, stimme nicht zu. Und damit haben wir es jetzt auch. So, alle meine ganzen Punkte. Jetzt können wir das Ganze hier noch gewichten gehen. Puh, 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 puh. Okay. Ja, wir sind mittlerweile schon ein Teil über dem, was ich, wir sind schon ein bisschen über dem, was ich machen wollte. Dementsprechend muss ich ein bisschen ranhalten bei der Gewichtung. Die Verbrennungsmotoren sind mir wichtig. Die Mikrofsräume sind mir nicht so wichtig. Kosten und Endgeräte sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Krankenhäuser. Ich gucke, was mir sehr wichtig ist. Die 5% für das ist mir sehr wichtig. Die Tempo ist mir sehr wichtig. Die Frauenkurse ist mir recht wichtig. Das ist mir im Religionsgericht finde ich auch nicht verkehrt. Das mit den Gemeinschaftsschulen ist mir sehr wichtig. Was ist mir noch persönlich sehr, sehr wichtig? Kosten und Deutschkurse, das Digitalisierungsministerium wäre mir sehr wichtig. Das kostenlose Schulessen wäre auch wirklich nicht verkehrt. Das Zweitstimmenwahlrecht, ich mache das nicht. Dafür bringe ich jetzt keine Partei um, es ist nur dumm. Verbinde die Grundschuleempfehlung ist mir wichtig. Das ist mir auch noch wichtig. Querdenkgruppierung, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen, ich habe da ein bisschen verfassungsmäßige Bedenken, weil Förderschulen sind mir auch wichtig. Anwägung von Pflegekräften ist mir sehr wichtig. 5G-Netz, Wahlalter. Ja, das passt. Ich denke, das könnte passen. So wird jetzt immer die Gewichtung, ich habe jetzt nicht so ultra genau drüber nachgedacht, weil ich das eben kurz abhaken wollte und dann schauen wir mal rein. Wir werden es ja sehen, aber das möchte ich jetzt mal kurz gesehen haben. So, jetzt nehmen wir einfach natürlich alles mit, was wir kriegen können. Ich bin gerade schon wieder entsetzt, dass die AfD jetzt in diesen oberen Parteien zu finden ist, aber was willst du machen? Nehme natürlich auch das mit. Ich möchte mir jede demokratische Meinung anhören, auch wenn es nicht meine ist. So, dann haben wir jetzt also die vier, wie viel darf ich wieder auswählen hier? Tateien, äh, okay. Zack, zack, darf ich alles auswählen? Hier können Sie alle Parteien. Mensch, wir machen Fortschritte. Dicken Applaus für den Valomaten. Früher konntest du immer nur fünf oder sechs auswählen auf einen Schlag. Du musst dann wieder zurück und wieder neu auswählen. Fall ist dumm. Jetzt, jetzt endlich mal kannst du alles auf einmal auswählen. Yes, man. Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz, also ob wir auch alle Parteien hier noch kennen. Ja, klar, Link ist klar. So, die Ökologen, ökologisch-demokratische ist okay. Die Piratenpartei, die Partei, Freie Wähler, menschliche Welt. Menschliche Welt verfolgt das Ziel, dass alle Menschen ihre körperlichen, geistigen, spirituellen, okay. Spirituals-Kreditpartei steht staatlichen Maßnahmen zur Corona-Pandemie kritisch gegenüber. Okay, das ist halt dumm, aber hat auch wohl seine Daseinsberechtigung. Wenn die Menschen dumm sein wollen, sollen sie dumm sein. Ich bin heute auch mies drauf, ne? Schuldig für meine Überkritik. Christen, ist klar, die KP, ist das auch wieder so fassungskonform. Na egal, Basisdemokratie, Demokratie in Bewegung, einer für alle Partei. 2020, deswegen kannte ich die jetzt noch nicht. Insbesondere der Aspekt, erinnert parteilich mit Bestimmung im Vorgang steht. Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist innerhalb der Partei ein zentrales Element. Okay, das heißt so, okay, Grundbasisdemokratie. Klimaliste, kann ich mir auch wieder denken. Partei der Humanisten, okay, die kenne ich auch noch. Partei für Gesundheitsforschung, kann sich wahrscheinlich auch aus der Geschichte ergeben, die 2015 Entwicklung von Medizin gegen Alterskrankheiten zu fördern. Das ist nicht schlecht. Wir 2020 von Gegnern der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, jawohl. Soforte Aufhängung aller Beschränkungen, alternative medizinische Verfahren als Schulmedizin gleichwertig, oh Gott. Und die Volt-Partei, die kennen wir auch noch. Die Volt-Partei ist ja die proeuropäische, für europäische Integration und so weiter. Die ist nicht verkehrt. So, ich habe jetzt alle Parteien, achso, Entschuldigung, ich muss noch mal alle Parteien gleichzeitig auswählen, ich habe jetzt alle ausgewählt, wir kennen also dementsprechend auch wir alle Parteien, Malte, Parteien, Dankeschön. Und machen dann jetzt weiter mit dem Ergebnis. So, schauen wir mal drauf, was haben wir denn hier wunderbares, höchste Zustimmungswert, 71,7% die SPD, 66% die Partei, 65% Wähler, das ist ja tatsächlich schon mal interessant. Dass ich ein Mann der Mitte bin, kann man vielleicht auch daran wiedersehen. Es hat einen Grund gehabt, warum ich ziemlich, also ich ziemlich lange, so lange darf ich jetzt auch nicht werden, aber ich habe jetzt für meine Verhältnisse, die meiste Zeit habe ich ja SPD tatsächlich gewählt. Auf Landesebene kann man es übrigens immer noch machen. Ich persönlich tue mich nur auf Bundesebene sehr, sehr schwer. Warum tue mich nur auf Bundesebene sehr, sehr schwer? Ich habe es mal erzählt, sind damals ins Bundestagswahlkampf 20, was war das gewesen? 2017 sind sie reingegangen, haben sie gesagt gehabt, für Bundestagswahl, mit uns keine GroKo, habe ich gesagt, super, finde ich toll, wähle ich, ich will nämlich keine GroKo haben. Ich möchte die SPD meinetwegen dann in Rot-Rot-Grün oder, das war meine erstmal grundsätzliche Idee, eine Opposition haben und dass sie mal dort wieder ein bisschen an Profil und Charakter gewinnt, war ja meine Idee gewesen, was haben sie gemacht, nachdem Jamaika gescheitert ist, sie haben eine große Koalition gemacht. Für mich ein Grund, warum man uns nicht mehr wählt, ist für mich gebrochenes Parteiversprechen, habe ich keinen Bock drauf. Gut, also dementsprechend hier seit vorne, interessanterweise die Partei, die Partei auf 66 Prozent auf 2, werde ich aber nicht wählen, würde ich niemals wählen, ich kann verstehen, warum Leute sagen, sie finden es lustig, die zu wählen, Kost satire und Hass nicht gesehen, ich habe da keinen Spaß dran, für mich ist Politik, ja, so verbissen Deutsch bin ich da knallharter Ernst und dementsprechend habe ich da keinen Platz für eine Satirepartei, das heißt, die nächste wäre dann die Freie Wähler, wobei ihr seht schon, jetzt nimmt sich das halt auch nicht sehr viel, also ich sage mal auch bis 60 Prozent, das ist so die Zustimmungswert, wo man sagen kann, das könnte alles sozusagen für mich in Frage kommen, laut Wahlprogramm, das heißt, wir haben SPD, Freie Wähler, Grüne, was die IB ist gewesen, Demokratie in Bewegung, Piraten, Volt, Klimaliste, CDU, ich bin halt ein Mann der Mitte, wobei ich auch heute natürlich hier sagen kann, ich bin das nie riesig Fan der Grünen gewesen, muss ich halt für mich auch streichen, genauso dementsprechend wie die Klimaliste, Baden-Württemberg, müsst ihr mir genauer einlesen, ich will nicht vorweg urteilen, aber ziemlich sicher geht es in eine ähnliche Richtung und auch so ein besonderer Fan der Basisdemokratie bin ich übrigens auch nicht, das heißt, die würden auch wegfallen, das heißt, meine ersten Wahlvorschläge wären jetzt hier für mich, die SPD, die Freien Wähler, die Piraten, Volt und die CDU, das wäre so sozusagen die Liste, aus denen ich das jetzt quasi laut meinen Filtern dann noch unter dem Hilfe der Valumaten dann covern gehen würde. Genau, so, schauen wir mal, was haben wir weniger Zustimmung, was haben wir hier noch, das sind noch die Ende 50er, auch dort, ihr seht, das nimmt sich halt jetzt nicht so brutal viel, geht es dann weiter runter und dann wird es tatsächlich dünner, so Richtung 50% und drunter, das heißt also, gar nicht klar komme ich mit wem, die Ökologen, die ökologisch-demokratische Partei ist gar nicht meins, die deutsche-kommunistische Partei ist nicht meins und auch mit der AfD und dem Bündnis der Christen wird das relativ dünne. Wundert mich das? Wundert mich nicht wirklich. Da bin ich selbst Hicks, oh Mann, zu viel Kohlensäure. Bin ich selbst bei den Kollegen von der menschlichen Welt, das heißt also, die sind spirituell noch ein bisschen besser aufgehoben. Ja, genau, also, damit habt ihr das jetzt gesehen, wir haben jetzt also hier alle Parteien einmal abgehandelt, ich weiß nicht, was gibt es denn hier noch weiter zum Tuning? Achso, hier könnten wir nochmal so ein bisschen Feintune betreiben, oder ist mir das zu wild? Kann ich wieder zurück, genau, zurück zum Ergebnis, also, habt ihr dann gesehen, womit dann hier wie was zu holen ist, wir können dann theoretisch nochmal einzelne Posten, Begründungen und Standpunkte ansehen, ist mir jetzt aber zu wild für dieses Video, wir sind auch schon bei einer dreiviertel Stunde, dementsprechend würde ich sagen, passt das soweit von meiner Seite aus, ich bedanke mich ganz herzlich für das Zusehen, denkt daran, geht wählen und an die guten Rheinland-Pfälzer, euer Wahl-O-Mat kommt natürlich jetzt dann noch für den Donnerstag. So, dann würde ich sagen, nutzt das, macht, wie ihr meint, was ihr wollt, Hauptsache ihr macht ein Kreuzchen, Hauptsache ihr nutzt euer demokratisches Recht und ja, denkt drüber nach, benutzt euren Kürbis für sämtliche Entscheidungen, die ihr trefft, ihr habt den nämlich, damit ihr ihn einsetzen könnt, der ist nicht nur zu ziert oder da. Gut, dementsprechend also würde ich sagen, war es von meiner Seite aus, wünsche euch noch einen schönen Tag, halt die Ohren steif, haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du da gerne mehr von sehen? Verschwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab einem Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn es bereits jetzt jeder Abonnent diesen einen Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.